Leo der kleine Lastwagen Das ist Scoobs Haus. Scoob schläft. Oh, der Wecker klingelt. Wach auf, Scoob. Zeit aufzustehen. Die Roboter wollen Scoob besuchen. Er hört euch nicht. Ihr müsst lauter klopfen. Die Küche ist gar nicht aufgeräumt. Scoob wollte für seinen Besuch einen Kuchen backen, hat aber verschlafen. Hallo, Roboter. Kommt rein. Die Roboter fragen sich, wo der Kuchen ist. Wie können wir ganz schnell einen Teig machen? Leo, weißt du es? Leo hat die Teile einer Teigmaschine gebracht. Wenn wir sie zusammenbauen, können wir damit den Teig machen. Wir fangen mit dem gelben Boden an. Jetzt verbinden wir das rote und die blauen Teile mit dem orangefarbenen. Das ist der größte Teil der Maschine. Da kommt der Motor rein. Zum Schluss montieren wir noch den Quirl. Fertig. Scoob, schalte die Teigmaschine an. Sie funktioniert. Aber da fehlt doch noch ein Teil. Scoob, wo kommt denn der Teig rein? Einen Teller können wir nicht gebrauchen. Die pinkfarbene Schale ist zu klein. Und die blaue Schüssel. Die ist perfekt. Mehl und Zucker. Und zwei Eier. Und jetzt machen wir die Teigmaschine an. Scoob, schalte die Maschine höher. Der Quirl muss sich schneller drehen. Der Teig ist fertig. Lifty hat Erdbeeren gebracht. Die kommen auf den Kuchen. Ab in den Ofen damit. Mh, sieht lecker aus. Schneiden wir den Kuchen in Stücke. Die Freunde essen den Kuchen draußen. Es ist schönes Wetter. Na dann, guten Appetit. Musik. Vers Tryb. Musik. 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 checked.